Mit dir, nur mit dir, halt dir, ja, ja, nur mit dir Eine Nacht ganz allein, auf den Inseln von Achtelwelle Eine Nacht hier am Meer, komm doch bitte, Mertia, flieg mit mir Heute nach Havane, keiner so schön wie du Zu viele Fantasien in meinem Kopf, fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Was geht, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute Heute gibt es mal wieder ein saftiges FIFA 21 Pack Opening Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute, es wird, es wird saftig Schmeckt, es wird sehr, sehr saftig, hoffentlich, ja, wir werden sehen, Leute Ob die Packs gleich schmecken werden, lasst gern ein Like da, Leute Macht die 1000 Likes voll, ihr wisst es, bei 1000 Likes, ja, bei 1000 Likes Wird das Pack Baba, ja, ihr habt es in der Hand Also macht die 1000 Likes voll, dann ziehen wir gleich ein saftiges Pack Ich will es doch offen Abonnieren, Vlog aktivieren, täglich einschalten Ich hoffe, ihr seid täglich am Start Würde mich sehr freuen, Leute Und wichtig, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus Ihr wisst es, wenn die Videos besser angezeigt, wenn die Videos empfohlen angezeigt Können wir wieder durchstarten, ne, ich will es doch offen, Leute Schreibt gerne rein, was in euren Packs war Schreibt gerne rein, was euer bestes FIFA 21 Pack in diesem Jahr war Ich bin gespannt, wie wir lagen, ihr wisst Bescheid, was ihr gezogen habt Und gerne auch reinschreiben, ja, was wir jetzt gleich in unsere Pack ziehen Vielleicht hier rätst du der eine oder andere, ja Also schreibt gerne unten rein, euren Tipp, was wir gleich ziehen werden Ich bin gespannt, was drin sein wird, Leute, ja Ihr wisst es wie immer, checkt noch gerne meine Songs aus Till FIFA Gaming, Spotify, iTunes, Amazon Music und Co Überall, wo es Musik gibt, wisst ihr, schaltet gerne mal rein Ich würde mich sehr freuen, Leute, ja, wie gesagt Till FIFA Gaming, abchecken auf allen Musikplattformen Hört mal rein, hört in mein Album rein, Leute Vielleicht gefällt euch der eine oder andere Song Ich würde mich sehr freuen, Leute, ihr wisst es, wir müssen Platz 1 Weltweit der monatlichen Streams werden, ja 50 Millionen monatliche Streams, damit gehen wir auf Platz 1, Leute Also ganz easy, ganz einfach, ja Pump die Songs auf Dauerschleife, wisst es unten rechts in der Ecke Macht dieses Halbkreis, diesen Halbkreis, diese zwei Halbkreis-Pfeile da Oder was auch immer Einfach Dauerschleife, ne, und dann Tag und Nacht durchpumpen auf Am besten auf Mute Sonst geht es eurem Ohr danach ganz und gar nicht mehr gut, ne Ich danke euch dafür und Support Checkt auch noch gerne den Shop aus, ja Nice Designs in Schwarz, Weiß, Orange, Blau, Rot, Grün, Kisten, Tasten, Tonbeutel, Nice LED-Lampe, vieles mehr Gratis hier, ne, Autogrammkarte, die gibt es auch noch dazu Checkt es aus Gönnt euch was, ihr unterstützt mich damit Ich würde mich sehr freuen, da würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran Let's go Ich will, wie immer, Leute, wir dürfen Die besten Packs, muss ich ehrlich sagen Die besten 85er-Plus-Packs, die habe ich gezogen Wenn ich mit null Erwartung reingegangen bin Ich habe einfach, ich habe einfach gar nicht gesagt, was ich ziehen wollte Und dann kamen eigentlich die besten Sachen immer, deswegen Ich will nichts ziehen, ist mir scheißegal, was drin ist Ich bin zufrieden, wenn 4, 5, 85er drin sind Bin ich zufrieden, Digga Bin ich zufrieden Von mir aus Können wir nicht enttäuscht werden, weißt du Auch clever Okay, 3, 2, 1 Mainz Let's go, die Komm, bitte Blau Jetzt habe ich doch wieder eine Erwartung gestellt Ich bin aber auch los Wird nichts, wird nichts Wird wieder nichts, Alter Ich könnte heulen Ich könnte heulen, Digga Ich könnte heulen, Digga Slowenien ist so oplack, oder? Ja, Digga Ne, ach, Andanovic Die Flagge sieht fast gleich aus Digga, nicht mal oplack Nicht mal oplack, Brudy Slowenien und Slowakei, die Flagge sieht gleich aus, Alter Nicht mal oplack, Alter, das kann doch nicht wahr sein Oplack wäre wenigstisch gewesen, hätten wir 91 gehabt Jetzt haben wir Andanovic, ey Ja, wenn ich ein Video mache, dann Ja, ich weiß, aber dann warte mal kurz Ja, wo du redest, denn ich hab doch, du hast mich auch reden, hör So, Leute Digga Andanovic war lost Erstmal klarkommen Erstmal klarkommen auf Andanovic Digga Bringt nichts Gerade einen Schluck getrunken Hilft auch nicht Hilft auch nicht, Digga Hilft auch nicht, Digga Macht das Ganze nicht besser Ist einfach zum Heulen, das Pack gewesen Einfach zum Heulen, ey Wir gucken mal, was noch dahinter ist, Leute Drei Zwei Eins Let's go Einfach ein Pack zum Heulen, Digga Einfach ein absolutes Pack Zum Heulen Wenigstens fünf Walkouts, Digga Wenigstens fünf Walkouts Hummelst am Start Kachalst am Start Modric hat nur 87, hatte mal 90 Wäre fresh gewesen, wäre Modric der beste in dem Pack gewesen wäre Die Maria und Andanovic Immerhin fünf Walkouts Das ist einzig Positive Ja Dass man aus dem ganzen Ding ziehen kann Dass fünf Walkouts in einem Pack waren Weil es auch nicht so oft Muss man ganz ehrlich sagen Ist auch nicht immer der Fall Ja Meistens sind es so zwei bis drei Walkouts Deswegen muss man zufrieden sein Wenn man fünf Walkouts zieht Ja Ist eigentlich saftig Aber Ja gut Wenn du natürlich ein 88er Andanovic als besten Spieler hast Ist natürlich Broker Wenn es oplack gewesen wäre Wir hätten natürlich auch alle anderen dahinter noch heftiger Wenn du vor allem sitzt auch wieder nur sechs Goldspieler Digga Mach doch mal ein paar bunte Karten rein Von mir auf irgendeine Champions League Karte Irgendwas Irgendwas buntes Brodi Ich bin enttäuscht Alter Ich bin wirklich enttäuscht von diesem Pack Leute Ich bin richtig enttäuscht Richtig enttäuscht Wenn ich von dem Pack Richtig Leute Lasst ein Like da Ihr müsst mich aufmuntern Mit einem Like Macht die tausend Likes voll Leute Dann habe ich wenigstens nicht zwei Stunden umsonst gespielt Der Digga hat 58 Tempo Und 58 Schuss Was ist denn da los Digga Aber für den Infallteil gar nicht so schlecht der Schuss Ähm Hat die Saison auch schon Ja eins Mehr sogar Ein paar Tore gemacht Leute Also lasst ein Like Da macht die tausend Likes voll Abonnieren Leute Glockhackt hier einen Tick Einschalten Wäre fresh Wenn ihr dabei seid Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen Leute Wäre sehr sehr nice Schreibt wie gesagt in die Kommentare Was ihr gezogen habt Was war euer bester Spieler in FIFA 21 Schreibt gerne unten rein Äh Ich bin gespannt Und äh Schreibt auch gerne rein Was ihr aus euren 85er Packs gezogen habt Ja Leute 85er Plus Pack Come on Wo ist es Drei Zwei Let's go Gönn Brudi gönn Gönn was Gönn einfach was Komm Alter Komm Komm Brudi Das ist Scheiße Alter Das ist Spanien Nein Nicht Spanien Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Digga Oh mein Gott Oh ich dachte schon Es wird Piqué Dann kommt es noch schlimmer Kawachal Digga Ne Wurde es nicht schlimmer Oh mein Gott Das ist ja so ein klassisches Pack Direkt Instant Discard Oh mein Gott Digga Direkt ein Nackenklatscher Für so ein Pack Alter Dein Ernst Kawachal Brudi Come on Digga Come on Kawachal Digga 86er Kawachal Alter Ich scheiß mir komplett in die Hose Ey Ich scheiß mir komplett in die Hose Wir gucken was dahinter ist Aber da kann nichts Gutes Da kann nichts Gutes hinter sein Mann 485er Mann Ikadi Srinja Pjanic Zier Korrekte Ja ganz korrekte Sache Ganz korrekte Sache Was Will man Bitte mehr Außer An 86er Und 485ern Das schlechteste Pack Ne Das zweitschlechteste Was man bekommen kann Direkt alles in Verein Scheiß drauf Das war es schon Von diesem Pack Opening Leute Ich hoffe Ich hoffe doch Ich hoffe doch Dass es euch gefallen hat Leute Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich freuen Wenn ihr einen Like dann lassen würdet Leute Macht die 1000 Likes voll Ihr wisst es Wäre fresh Wenn wir die knacken würden Falls ihr nicht abonniert habt Kostens abonnieren Glocke aktivieren Und täglich dabei sein Täglich einschalten Wäre ebenfalls fresh Und wie gesagt Schreibt gerne noch einen Kommentar Ist wichtig Dann werden die Videos Empfohlen angezeigt Werden die Videos generell besser angezeigt Würdet ihr mich mit sehr unterstützen Für euch Das ist ganz nur ein kleiner Aufwand Also schreibt gerne Ja Einen Kommentar Was ihr aus euren Packs gezogen habt Was euer bestes FIFA 21 Pack war Schreibt es gerne rein Ich hoffe natürlich Es war was Saftiges bei euch drin Ich will es doch mal hoffen Leute Ich will es doch mal sehr hoffen Wäre auf jeden Fall sehr sehr nice Leute Checkt die mal noch gerne jetzt Wenn ihr Lust habt Meine Songs habt Ihr wisst es Till FIFA Gaming Auf Spotify iTunes Amazon Music Eine Ahnung Wo es überall Musik gibt Apple Music Was weiß ich Überall wo es Musik gibt Till FIFA Gaming Gerne reinhören Hört in mein Album rein Vielleicht gefällt euch Dein oder anderes Song Es sind einige Songs Jetzt online Ich würde mich sehr freuen Wenn ihr es mal abcheckt Ja Wäre sehr sehr nice Ich danke jedem Der da vorbeischaut Ihr wisst es Wir müssen Platz 1 Der monatlichen Weltweiten Streams werden Ja 50 Millionen Monatliche Streams Kriegen wir auch locker Auf ganz locker hin Leute Auf ganz ganz locker Ja Also Streamt auf Dauerschleife Wie wir unten rechts in der Ecke Halbkreis Pfeile anmachen Dauerschleife Und dann Dann geht ihm Leute Tag und Nacht Auf Dauerschleife Durchpumpen Ihr will es hoffen Wäre nice Wäre sehr sehr nice Ich danke euch Da vielmals für uns Support Und nicht vergessen Checken euch die Nice Designs Gönnt euch In Schwarz In Weiß In Rot In Orange In Grün Alle Farben Kissen Tassen Turmbeutel Nice LED Lampen Und vieles mehr Gerne abchecken In meinem Shop Ihr unterstützt mich Natürlich mit jedem Kauf Gratis Autogrammkarte Gibt es auch noch dazu Abchecken lohnt sich Oder auch nicht Oder auch nicht Schaut gerne vorbei Wenn ihr Bock habt Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen War es das soweit Ich hoffe ihr seid auch Beim nächsten Video wieder am Start Meistens um 18 Uhr Ihr wisst Bescheid Entweder 13 oder 18 Uhr Oder 12 oder Immer Entweder 12, 13 Uhr Oder 18 Uhr Eine von diesen Uhrzeiten Wird schon sein Also Schaut vorbei Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Ich würde es hoffen Macht es gut Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Tschau